Oder Sylph, ja. Moment. Oder Sylph und Zyklon. Hurrikanschlitzer! Nein. Ich war auf der Seite. 100 Erfahrungen. Uh, wie herzerreifend. Magisches Auge. Wie er einfach nur schneller ist als du. Ja, kühl die Gegner ein bisschen ab. Kannst du nicht ja einfach den ganzen Vulkan einfrieren mit deinem Ice Arrow? Ich war ja nur, ne? Wir bräuchten einen Diener. Könnte sie die Lava abkühlen? Das nenne ich mal ein Geblitzdingst. Sie wurden soeben geblitzdingst. Vergessen sie alles, was in der letzten Folge geschah. Beziehungsweise in der vorletzten Folge, wo ich in den Bienenformen hier herumgeirrt bin. Das ist nie passiert. Amber hat euch jetzt alle geblitzdingst. Resistenz erhalten. Talisman erhalten. Versteckt Verteidigung. Zehnprozentige Chance, elementaren Schäden aufzuheben. Ich hab doch noch... Habe ich mir extra GK auf? Magische Rune. Wenn ich's finde. Stents. Äh... 20%iger Sch... Kraftregen. Oh, das ist ja doof. Büsse! Ach, Büsse. Atza? Du machst erst mal Orkan. Als Zyklon. So. Mint. Magisches Auge. Magisches Auge. Ganz oben. Was machst du ganz oben? Hä? Hä? Wasser? Ich hab kein Wasser. Ich hab kein Wasser. Hilft auch Eis? Ist ja fast Wasser. Atza. Du hast doch bestimmt eine Magie-Tussi, oder? Ja. Das tut weh. Okay, Mint. Du darfst jetzt erst mal deiner Lieblingsbeschäftigung wieder nachgehen bei Magie-Fotzen. Silence. Amber, hau wieder ein Zyklon raus. Nein. Nein, haust du nicht. Suchen wir mal Ice Arrow. Vielleicht klappt das ja irgendwie. Oh, bist du gesilenced? Das tut mir aber leid. Thunder Blade. Sword Rain. Acid Rain. Mitdrehen! Mach lieber Silence! Na gut, brauchst du nicht mehr zu machen. Ist schon weg. Grafstein. Mana-Ring! Ich frage mich... Was macht man wohl damit? Das ist doch nur ein Ring, oder? Was macht der hier? Was? Da kam ein Funke heraus. Wow, klasse. Vielleicht können wir damit etwas auslösen. Oh ja, können wir. Aber erst mal... Ich frage mich dann, der den Träger immun gegen Traptorbeam macht. Traptorbeam! Drücke R zum Aktivieren. Ein Ring mit der Macht des Elementargeistes des Vorjahres. Vielen Dank, Ifrit! Uga! Uga! Ender! Zyklon! 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 Spüre die Macht der Winde! Und lass dich pulverisieren! Zyklon! Ja, du dead. Du Genie. Du genius. Aber irgendwie passiert nichts, wenn ich drücke. Kann ich vielleicht das, wenn du den Dienst aktivierst? Muss ich das ausrüsten zuerst? Ah. Okay. Bohnenkraut. Axt. Kriegarmulets. Jetzt dürfen wir dann auch in den Minen von Moria weiterkommen. Unterbricht nicht mein Saurdrain, das ist unhöflich. Was bist du gerade am... Carsten, Ember. Ember! Kümmer dich mal um den anderen Uga, der soll meine Magier in Ruhe lassen. Meine Nichtkrieger. Magier kann man sie ja nicht nennen. Der eine ist ein Beschwörer, der andere eine Heilerin. Du bist ja die Magierin auf den Besen, ne? Ich komm mich um den Uga. Hau mit deinem Besen! Nein! Cyclone! So, einer ist weg. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch direkt versuchen, mit üffigen Pakt zu schließen, falls er es möchte und nicht so wie Gnome einfach nicht zu Hause ist. Wie gesagt, Gnome. Ich gewinne! Ich gewinne! Ja, freu dich, Ember! Musstest du nicht sogar noch Level Up? Ja, noch einen Kampf, dann hast du. Level Up! Von unserer Kleine Ember! Oh, sie werden so schnell erwachsen, die unsere Kleinen. Ich bin zu Tränen gerührt. Ja. Gerührt wäre ich mal, wenn sie aufholen würde mit Level 23. Mein, Cress ist 30. Guck mal, Uga. Das ist seine Job, das ist für Ember. Ja. Für Embers Sturmhaftigkeit. So, einer weg. Der andere ist jetzt auch weg, weil Tractor Bean ihn ins Weltall gebeamt hat. Beam mir ab, Scotty! Ice Arrow! Ice Age! Das ist bestimmt eine stärkere Variation für Ice Arrow, Ice Age. Level Up! Juhu! Dann gehen wir erstmal oben lang. Mischgel. Tausend Geld! Lavaschlüssel. Eine Schlüssel aus Lava, wie soll ich den anfassen? Maximale TP. Du, das ist am wenigsten. Lavaschlüssel ist hier nicht mit aufgezeichnet. Egal. Ich wollte doch nur sehen, ob er wirklich aus Lava ist. Oder ob das Spiel mich anlügt. Und wenn ja, ist das eine richtig heiße Angelegenheit. Und wenn ja, ist das eine richtig heiße Angelegenheit. Cyclone! Ich meine, so ein Stück Lava in der Hand zu halten, das tut doch weh. Ich möchte es nicht machen. Acid Rain! Ja, kann Minz nicht einfach hier mit Acid Rain alles abkühlen? Auch wenn der Regen nicht besonders gut ist? Alla sauer ist. Ein Stein. Wie ungewöhnlich. Wofür du Lava-Schlüssel willst? Schon wieder, Atzer. Atzer! Was machst du hier? Silence! Du wirst nicht gasten! Klaus! Sylph! Weißt du, ne? Hättest du eigentlich von dir aus machen können. Ich meine, Sylph ist die einzige Attacke, die du kannst. Lightning Tiger-Schlüssel! Tyrant! Also mit deinen Büchern rumwerfen. Sword Rain! Thunder Blade! Sword Rain! Ja, teleportier dich einfach! Atzer, was bist du denn für eine Gemeine? Ja, zur Strafe. Hehehe. Nicht Acid Rain machen! Lightning Tiger Blade! Silence! Silence! Reh Papier! Ab determining аналог, wie möglich ist?